Grüß Sie gut, ich bin der Votshubi und ich stelle mir jetzt die Frage, warum eine Minute lang? Nämlich warum, wenn ich aus der Haustür rausgehe, flattern mir schon die ganzen Werbeprospekte mit unnettigsten Scheiß durch das Briefkastlein und wenn ich rausgehe, kommt mir ein Logo nach dem anderen unter auf die Millionen Werbeplakate, die es gibt. Oder ich frage mich, warum ist nach dem ersten Weltkrieg irgendwie chemische Munition versenkt worden, überall von allen Küsten und keiner weiß was davon, das ist überall und kann jetzt langsam raus, weil das Meer, so Salzwasser zersetzt halt ein bisschen das Metall. Oder warum kann man Coca Cola so gut zum Klobutzen hernehmen, weil es den Keuk so gut löst? Das sind so Sachen. Oder warum steht auf meinem super guten Rindsteck Bio oben, wenn das aus der gleichen Produktionsfirma kommt, wie das ganz billige Material von einer anderen Kette? Hm, vielleicht fragt sich das auch. Viert den gut, der Votshubi. Musik